Dies ist eine Geschichte über die Zeit. Über außerordentliche Ereignisse, die nicht von heute auf morgen stattfinden. Es ist eine Geschichte darüber, etwas Neues machen zu wollen. Über diejenigen, die Mut haben, einen Weg zu gehen, den niemand zuvor gegangen ist. Es ist eine Geschichte über das Wissen. Denn man muss zuerst einiges gelernt haben, um etwas Außerordentliches machen zu können. Das zu versuchen, was niemand bisher versucht hat. Wenn wir davon reden, etwas wirklich Großartiges zu machen, reden wir nicht von Sachen, die vom Himmel fallen. Wir reden von Erfahrung, von Willen, von Talent. Diese Geschichte erzählt, wie uns das neue Implantatsystem von Neodent gelungen ist. Grand Wars Großartig zu sein, ist eine Errungenschaft. Selbstzartig zu sein, sind es das Neodent Turk figure. Vielen Dank.